Hallihallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer Folge zu Among Us. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe nicht die Task hier oben, also gehe ich direkt. Wir haben jetzt übrigens nicht mehr den Voice-Mod. Also wir haben das ein paar Runden ausprobiert. Es gab ein paar Bugs. Wir testen also nochmal, sobald der ein Update bekommen hat. Also man konnte die Toten hören. Einer ist bei mir. Drückt genau die Schalter, die ich drücken will. Schwinn, warum tust du das? So. Jetzt direkt das, was ich gedownloadet habe, uploaden. Wir sind bei der heutigen Session tatsächlich die ganze Zeit schon nur sechs. Schwinn ist bei mir. Macht wahrscheinlich den Router. Ja. Ja. Schwinn und ich waren erst like, danach war ich bei Communications und hatte einen Upload. Ich erkläre mal, was ich gesehen habe. Also erstmal liegt hier orange tot hinter der Tür sozusagen, die zu war, im Raum mit dem Bohrer. Wisst du, was ich meine? Oben im Lab? Ja, ja. Gleich daneben. Naira kam mir gerade entgegen. Die ist auch gemütet, ne? Ausrichtung. Also die kann mir sozusagen... Leute, das war einfach ein Self-Report. Er killt den einfach. Und... Ja, 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 sicher, 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 sicher. Ich kam da nämlich gerade hin. Von den Likes. Mhm. Dann habe ich ihn gesehen, wie er gerade weggehen wollte und dann ist er hingegangen und hat du es Self-Reporten. Du weißt schon, dass ich gerade noch gesagt hätte, dass ich und Schwemm bei den Likes waren, oder? Ja, ich bin da hingegangen und dann wieder weggegangen, weil die schon wieder an waren. Also ich war auf dem Weg dahin. Ich bin aber gleich raus. Das ist bestenswert, also. Und dann hast du... Ähm... Du hast im Bohrerum gefunden, ihn getötet und dich die Türen zugemacht. Weißt du, du hättest dich einfach offen lassen sollen. Ich wäre da bin ich hochgegangen, um uns zu gucken, ob jemand leakt. Aber bei der Tür zu war, dachte ich mir so, okay, ich schau mal nach, ob ich jemand leakt. Ich habe Self-Report. Dann lag da einer. Hä? Ja, nee. Ich sage Self-Report. Sven, alles hängt an dir. Alles hängt an dir, Skipper. Obwohl... Das ist für mich fein. Ich habe Self-Report. Ja, komm, ich mache Skipper. Komm. Ich habe nicht geskippt. Ich habe gewotet. Deine Seite. So. So, das da drauf. Karte verkacken. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, Kimmy. So, das... So. Aber ich freue mich über eine Sache. Während ich... Während wir den Mod hatten, war ich wirklich sehr auf dem Poster. Das passiert mir sonst nie. Das ist der Reinen. Lichter fixen. es sind wirklich alle lichter aus ok alle leben noch der imposter ist bei mir gerade gewesen ich habe nämlich lüge bautet und das wahrscheinlich auch zurecht wenn nicht tut es mir leid so wie für station security sagt doch sie ist der killer ich denke hier lügen auf und wer dafür gewartet wenn das wirklich jemand anderes wäre echt drauf hallo mute leute erst mal den tank auffüllen jetzt wird gleich schwänzleiche reportet also sie macht jetzt wahrscheinlich alles richtig und hat schwän umgebracht ich weiß dass hier oben meine task ist irgendwo man hat mir erzählt die dinger werden immer am gleichen Ohr das Problem ist dass ich es mir nicht merken kann so Sven lebt noch Dave könnte tot sein ich bin fertig alle leben noch wenn du fragst wann Sven oder Dave sterben weil wir wissen gelb ist es und sowohl der rote als auch der gelbe zassen sich halt gegenseitig jetzt können wir davon ausgehen dass einer tot in der ecke liegt sage ich doch schwän und jetzt wird Dave gleich schwän reporten oder auch nicht warum macht sie alleine die like sie ist der imposter Leute ihr hättet einfach nur links raus gemusst Dave tu es nicht Dave du bist tot wenn du da reingehst ja gut ich habe gerade eben noch gesagt dass ich bei likes rausgegangen bin und da auch eine Weile stand gut gespielt danke gut gespielt ist gut die hätte eigentlich auf dem ersten Ton rauslegen sollen ich habe sie auch gevotet ne ja ich auch weil ich wusste dass sie gelogen hat weil ich bei likes war ich hätte sie gesehen tatsächlich ich war am Anfang erst wirklich auf dem Weg dahin und dann bin ich aber wirklich in die andere Richtung gelaufen ja deswegen habe ich ja gesagt ich hätte dich gesehen ich bin nur kurz darauf nach unten gelaufen ich war ganz kurz bei likes hab mich auch ein bisschen vor die Tür gestellt und dann warst du da nicht wusste du los ich dachte das war so traurig ich wusste die ganze Zeit Leute mute warum starten wir immer so schnell wir haben nicht mehr Leute da brauche ich nie lange warten ich bin ja nicht gemutet ich höre zumindest Tasten so neue Runde neues Glück neue Runde um drauf zu gehen ist natürlich schade für die Session dass wir diesmal so wenige sind ich laufe ich wollte gerade sagen ich laufe nicht da hoch aber er hat sich ja jetzt eh erledigt warum gucke ich weiß es ich bin der einzige der tot ist hier kommt Felu der muss hier entgegengekommen sein der muss hier entgegengekommen sein so so den download machen Felu findet jetzt gleich meine Leiche hoffentlich krieg ich den download noch fertig sorry und Report eine Frage nebenbei Mapwechsel danach ja bitte einer von denen ist ein dreckiger Lügner wir alle wissen welcher von denen Moin Naira bist nicht gemutet mann so garbage dann noch das hier als geist ist man wenigstens extrem schnell fertig warum damit so an den kämpf du schuldiger du mieser Harald so jetzt haben wir wieder eine Geisterrunde okay bei mir hat sich Felu gerade eingesperrt oh Kurbi liegt tot davor da oben hallo reporte das Ding da vor allem wer guckt sich das gerade die ganze Zeit in den Camps an ach Dave jetzt ist Sven tot load Lak schnell die die zwei sechs die 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 das Der war genau vor diesem kleinen Häuslein, da wo man downloaden muss und was genau draußen steht, links, bei diesem Bildschirm. Was? Ihr wisst, wo ich meine, ja? Nee. Das ist Computations, oder? Ja, ja, genau, danke. Das meinte ich. Ach so, das Ding. Ja, da lag der. Und ich habe niemanden gesehen, ich hatte nochmal rumgeguckt und da war niemand. Also, irgendeiner von euch hat der Licht gerade angemacht und dann habe ich ihn gesehen. Ja, wir haben es, wir haben beide angemacht, das ist ja. Ich habe vor dem Lichtschalter, weil ich Angst hatte, reinzugehen, weil die Tür halt zugegangen ist und deswegen wollte ich jemanden warten, bis jemand reinkommt, nur für den Fall, dass der Buster da rumsteht und auf uns wartet. Okay. Ja, nee, also ich kam auch gerade von unten, ähm, hier, Dekontamination und so, also ich dachte, ehrlich gesagt, ich werde da so ein Sterben, wie immer eigentlich, und, äh, nee. Also, der Einzige, der ist im Endeffekt da hingekommen, das ist ja ein Blutmal, weil ich und Felu waren gerade zusammengestanden. Ja, gerade ist, ähm, Felu, ist er von unten gekommen? Nein, kam von rechts. Naja, also ich weiß nicht. Irgendwie klingt Erik gerade nicht so, als wäre er der Imposter. Also, ich bin es nicht gewesen, also ich kann vieles sagen, aber, ähm, ich war es halt wirklich nicht. Ich fand ich halt original schon beim ersten Kill-Sass, deswegen würde ich sagen, richtig, ja, Giga-Sass, aber gut. Das ist halt schwierig jetzt gerade, ne? Also, ich glaube, es wäre dumm. Ähm, also, ich wollte es erst nicht reporten, aber hätte mich wie jemand gesehen, ey, dann, wie ich ja weggelaufen bin, wäre das richtig Sass gekommen. Warum wolltest du nicht reporten? Naja, weil ich in so einer Situation jetzt stecke. Das ist verständlich, ja. Äh, ja. Also, eigentlich müssen wir voten, weil... Ja, wir müssen voten, das stimmt. Ey, was warst du eigentlich vorher, bevor wir zu voten haben? Wo ich vorher war, ähm, ich war... Wo war ich denn? Ich war drüben, äh, nee, in Mad Bay war ich vorhin. Ähm, ich war unten und hab da die Sauerstofffangs gemacht. Verdammter Lüchner! Und dann bin ich nach rechts, dann bin ich nach rechts gelaufen. Ja, da liegt ja die Leiche. Ja, jetzt, warte mal, dann bin ich nach rechts gelaufen. Und dann war ich oben und wollte gerade mir das Benzin holen. Und dann ging es in Light so aus. Ja, und dann hab ich mir das Benzin noch geschnappt und dann bin ich nach... Nee, also genau da liegt die Leiche. Das glaub ich dir nicht. Leiche, also... Felo, bist du eigentlich blind? Du bist so oft an den Leichen vorbeigerannt. Echt so? Alter, geil! Huh. Ja, Leute, das war's auch schon wieder mit Among Us. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Name und ein Like da. Und vergesst nicht, die anderen Kanäle zu besuchen, falls euch die interessieren. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss! Musik Musik Vielen Dank.